Hallo zusammen. Moderneres Battery Pack mit weniger Performance. Wir betrachten zusammen einen interessanten Garantiefall bei Tesla und ich berichte euch über den Besuch von Elon Musk in der Giga Berlin Brandenburg. Nach diesem Video werdet ihr wissen, was da genau auf der Agenda steht und bevor wir starten, wie immer der Blick auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla Welt wird präsentiert von Shop for Tesla. Nachhaltiges Zubehör für eure Autos. Hier gibt es Gummimatten, Schutzblenden, Performance-Pedale und noch vieles mehr. Alles, was man so für seinen Tesla eben braucht und bekommt jetzt 5% auf alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Mein Name ist David und wir schauen uns wie immer die Tesla News an. Ausnahmsweise schauen wir uns mal News zu SpaceX an, denn hier passiert gerade wieder so einiges. Das Starship steht zum Flug bereit. So, hier ein Post auf X von SpaceX. Der dritte Flugtest von Starship könnte bereits am 14. März starten, sofern die Behörden ihre Zustimmung geben. So schreibt SpaceX auf seiner Webseite. Elon sagt auf X dazu, Ende der Woche wird's losgehen. Wetterabhängig? Also, mit ein bisschen Vorbehalt. Das können wir auf der Webseite von SpaceX nachlesen. Da steht, der dritte Flugtest soll auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Flüge aufbauen und eine Reihe ehrgeiziger Ziele verfolgen. Darunter die erfolgreiche Aufstiegsverbrennung beider Stufen, das Öffnen und Schließen der Starship-Nutzlasttür, eine Demonstration des Treibstofftransfers während der Auslaufphase in der oberen Stufe, das einmalige Wiederzünden eines Raptor-Triebwerks im Weltraum und ein kontrollierter Wiedereintritt von Starship. Außerdem wird eine neue Flugbahn geflogen, auf der Starship im Indischen Ozean landen soll. Diese neue Flugbahn ermöglicht es uns, neue Techniken wie das Zünden von Triebwerken im Weltraum zu erproben und gleichzeitig die öffentliche Sicherheit zu maximieren. Ja, es wird also mal wieder atemberaubend spannend bei SpaceX. Verpasst diesen Start nicht. Das wird ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt. Ja, dann noch ein Hinweis auf eine Aktion, die wurde von Sawyer Merritt gestartet. Es handelt sich um eine Petition gegen das Versenden von Briefen bei Software-Updates. Ja, ihr habt richtig gehört. In den USA gibt es derzeit noch gesetzlich verpflichtend Rückrufbriefe, die von den Autoherstellern verschickt werden müssen, wenn ein Rückruf ansteht. Bei Tesla sind das aber meistens nur Software-Updates und trotzdem muss Tesla dann hier diese Briefe verschicken. Ein Riesenaufwand und eine Riesenumweltsauerei gleichzeitig. Und zusätzlich gibt es dann immer noch jede Menge Aufregung um Medienberichte, die das als Rückruf darstellen, wobei es eigentlich auf die Kunden überhaupt keinen Einfluss hat. Dagegen gibt es jetzt diese Petition. Eine gute Sache, wie ich finde. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Kommen wir zu ein paar Äußerungen von Donald Trump gegen Elektroautos. Der Bericht dazu, der kam von Autoblog.com. Die schreiben hier, man kann nicht einfach auf Elektroantrieb umsteigen. So meldete sich Trump zu Wort und warnt die Autohersteller vor der Nachfrage. Er sagte wohl in einem CNBC-Interview wörtlich, ich bin sehr für Elektroautos, aber man muss auch alle Alternativen in Betracht ziehen. Erstens kommen die Elektroautos nicht so weit, sie kosten zu viel und sie werden alle in China hergestellt. Ja, warum erwähne ich das überhaupt? Eine Menge Leute da draußen glaubt, dass wenn Trump wieder an die Macht kommt, dass es dann schlecht um Tesla bestellt ist. Eine interessante Perspektive dazu hat übrigens Alexandra Merz hier letztens geboten. Ich hatte sie hier im Interview. Wer das nicht gesehen hat, dem verslinke ich das hier gerade nochmal. Das war ein super Gespräch. Sehr interessant hier die US-Perspektive auf viele Dinge über Tesla zu haben. Ja und Alexandra, die sagte da so ungefähr, Trump muss die Wahl auch in Michigan gewinnen können, wo die ganzen Automobilhersteller klassisch sitzen. Daher äußert er sich relativ laut gegen Elektromobilität vor der Wahl. Allerdings könnt ihr, wenn ihr mal genau den Satz anschaut, dann schon erkennen, dass er hier sagt, ich bin eigentlich für Elektroautos. Die sind aber gleichzeitig natürlich sehr schlecht. Er bedient hier also gleichzeitig beide Seiten und kann danach sich immer darauf berufen und sagen, ja ja, er war ja immer für Elektroautos. Laut Alexandra hat sich Elon Musk übrigens in letzter Zeit öfters mit Trump getroffen. Alle Details gibt's im Interview dazu. Kommen wir zu einem interessanten Garantiefall bei Tesla. Es geht um einen LFP Retrofit. Was ist gemeint? Die Antwort gibt's bei Drive Tesla Canada. Sie schreiben, Tesla bietet jetzt einigen Model 3 Besitzern, die einen Batterieaustausch im Rahmen der Garantie benötigen. Eine Nachrüstung mit einem Lithium-Eisenphosphat-Akku an. Diese Option ist jetzt für die Fahrzeuge verfügbar, die ursprünglich mit den 2170er-Zellen ausgestattet waren und umfasst auch einige Upgrades der Aufhängung, um die schwerere LFP-Batterie zu bewältigen. Ja, das ist etwas komisch formuliert hier. Gemeint sind eigentlich Fahrzeuge, die ursprünglich eine Nickel-basierte Zellchemie hatten. Die können jetzt als Ersatz ein LFP-Pack bekommen, das aktuell in den Fahrzeugen verbaut wird. In dem Artikel steht da noch ganz richtig, Tesla setzt LFP-Batterie-Packs erstmals 2020 mit dem in China hergestellten Model 3 ein und 2021 fand die Batterietechnologie dann auch im Model 3 Real-Wheel-Drive, also im Heckgetriebenen Model 3, ihren Weg auf den nordamerikanischen Markt. Seitdem hat Tesla die LFP-Akkus auch in den Einstiegsmodellen des Model Y eingesetzt, da sie billiger zu produzieren sind und eine ähnliche Reichweite und Leistung bieten, während man sich bei den leistungsstärkeren Fahrzeugen für die Nickel-basierte Chemie entschieden hat. Ja, das stimmt. Es gibt allerdings noch andere Vorteile der LFP-Zellen. Die sind sicherer zum Beispiel. Sie haben mehr Zyklen. Das heißt, ihr könnt sie öfter laden und entladen. Sie halten also länger. Man kann und soll sie sogar bis 100% aufladen und hat dadurch ohne schlechtes Gewissen die volle Reichweite zur Verfügung. Das steht gegenüber den Nachteilen. Die sind vor allem eine niedrigere Energiedichte. Das heißt, die Battery-Packs sind schwerer und dadurch leidet auch die Performance beim Auto, denn durch das höhere Gewicht verliert man ungefähr eine halbe Sekunde von 0 auf 100. Das schrieb Tesla an einen Kunden, der jetzt genauso einen Garantiefall hatte. Den Brief seht ihr hier. Tesla aktualisiert für diesen Ersatz des Battery-Packs übrigens auch die Federn und die Dämpfer ihrer Aufhängung zusammen mit einer Vierrad-Ausrichtung, das heißt einer Spureinstellung, die Tesla hier noch durchführt. Ja, warum? Das Battery-Pack ist schwerer. Daher rüsten sie das ganze Fahrzeug eben auch dementsprechend auf. So wie ich das hier aus dem Brief entnehme, ist dieses Pack optional. Das heißt, der Kunde kann sich dafür oder dagegen entscheiden, muss aber eben dann, wenn er sich dafür entscheidet, auch die Nachteile in Kauf nehmen. Sollte man das als Kunde machen, wenn man dieses Angebot von Tesla bekommt, denn es leidet ja die Performance drunter. Ich finde, auf jeden Fall. Denn man erhält ein brandaktuelles Battery-Pack mit der aktuellen LFP-Technologie und klar ist das ärgerlich, wenn man bei der Beschleunigung ein bisschen Abstriche machen muss. Allerdings überwiegen für mich hier die Vorteile ganz eindeutig. Allein das auf 100% Laden finde ich derart gut, dass ich hier das LFP-Pack klar im Vorteil sehe. Länger hält es auch noch, denn die Zyklenfestigkeit, die ist hier auch besser. Ich denke, das kann man also ohne schlechtes Gewissen machen. Ihr könnt mir aber gerne eure Meinung hier unten in die Kommentare schreiben. Wie seht ihr das? Würdet ihr diesen Trade-Off eingehen? Elon kommt nach Berlin. Das berichtet Table Media. Die schreiben hier, der US-amerikanische Investor und Tesla-Gründer Elon Musk kommt an diesem Mittwochmorgen, also heute, wenn ihr das Video am Tag seiner Veröffentlichung anschaut, nach Brandenburg und besucht das Tesla-Werk in Grünheide. Das erfuhr Table Media aus Briefings aus Unternehmens kreisen. Das Werk ist nach dem Anschlag auf die Stromversorgung seit Montagabend wieder am Netz. Ich ergänze hier, die Produktion ist übrigens auch wieder angelaufen. Elon Musk wird direkt vom Flughafen nach Grünheide in das Werk reisen und soll dort angeblich auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach treffen. Ja, das wird sicherlich kein angenehmes Gespräch werden. Ich denke, Elon wird hier Klartext mit der Politik reden. Wie kann man zukünftig solche Anschläge verhindern und was kann das Land dafür tun, die Menschen noch mehr mit einzubinden, damit solche dramatischen Aktionen und damit Produktionsausfälle nicht mehr passieren? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein bisschen unangenehm werden könnte. Vor allem denke ich, wird Elon aber mit seinem Team nach dem Rechten schauen, sicherstellen, dass der Produktionsanlauf hier gut voranschreitet. Und ich denke, Elon wird sich auch nicht allein auf die Politik verlassen, sondern mit seinem Team eine Strategie entwickeln, wie man sich in Zukunft gegen solche Terroraktionen schützen kann. Kommen wir noch zu einem Update der FSD Beta. Hier ist nämlich die Version 12.3 an erste Nutzer gegangen und einen interessanten Kommentar gab es von Elon höchstpersönlich dazu. Der sagte, das ist ein großes Release. Es sollte am besten V13 genannt werden. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin sicher, wir werden bald hier viele Videos of X sehen. Ja, und dann habe ich noch einen interessanten Post von Martin Wieker, dem Head of Investor Relations bei Tesla. Der schrieb, dass man jetzt als Tesla Langzeitinvestor seinen Cybertruck in den USA schneller bekommen kann. Vorzeitige Cybertruck Auslieferung für verifizierte Tesla Langzeitaktionäre, so schreibt er. Wenn Sie ein berechtigter langfristiger Tesla Aktienbesitzer sind und eine Cybertruck Reservierung vor dem 1. März 2024 vorgenommen haben, können Sie ihren Foundation Series Cybertruck vorzeitig erhalten. Tesla hat dafür eine Webseite eingerichtet. Da steht genau drin, wie es geht. Also, die Reservierung muss vor dem 1. März 2024 erfolgt sein. Es muss der erste Cybertruck sein. Man darf also nicht schon einen haben. Jeder Teilnehmer muss nachweisen, dass er bereits am 28. Februar 2021 Tesla Aktien hatte und heute mindestens 500 Aktien hält. Und dann gibt es noch eine weitere Einschränkung. Denn mindestens 50% der Aktien, die man heute im Depot hat, die musste man auch bereits am 28. Februar 2021 haben. Damit stellt Tesla sicher, dass hier vor allem Langzeitinvestoren zum Zuge kommen. Leute, die die Tesla Aktie einfach nur traden, die sind damit auf jeden Fall raus. Eine coole Aktion und ein großes Dankeschön an Langzeitinvestoren von Tesla. Eine schöne Geste und ich bin sicher, einige werden davon profitieren können. Damit komme ich für heute zum Schluss. Wenn ihr das Video gut fandet, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keins mehr. Schaltet am besten auch die Glocke an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Schotter. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations. Such nicht. bis dieses ist